Bochum gegen Mainz war dann doch eher ein 2-2 der langweiligeren Sorte, wenn gleich das Spiel einiges taktisch zu bieten hatte und hinten raus dann auch nochmal richtig mitreißend wurde. Da muss sich vor allem Bochum und deren Trainer Lettsch loben, der wirklich einen starken Matchplan hatte. Zunächst hatte man einen recht breiten 3-2 Aufbau wie hier mit Soaresch, dem linken Schienenspieler, als inversem Außenverteidiger, der dann eben ins Mittelfeld neben den 6er Lucia zieht. Inklusive Riemann hatte man dann so sogar einen 4-2 Aufbau gegen das typische Mainzer Anlaufverhalten im altbekannten 5-2-3, das wir hier ja auch sehen. Zudem hat Bochum dann, wenn wir das Große und Ganze betrachten, in einem 3-Box-3 gespielt, wobei der Rechtsverteidiger Gamboa dann rechts hoch schiebt und der Linksverteidiger Soaresch, wie gerade gesagt, inverse agiert als linker 6er. Und davor hatten wir dann eine Doppelzehn aus Stöger und Förster, womit dann eben die Mittelfeldbox gebildet wurde, um da halt eben eine Überzahl gegen die Mainzer zu haben. Das System an sich ist ja mittlerweile eigentlich recht bekannt und wird auch häufig genutzt, allerdings recht selten aus einer 5er Kette heraus, sondern meistens eben aus einer 4er Kette gegen den Ball heraus. Wobei Bochum eben grundsätzlich in einer 5er Kette gegen den Ball agiert hat, wie wir jetzt eben hier sehen können. Die Mainzer dagegen in einer 3er Kette, zumindest hier, aber auch im Spielaufbau hat man mit einem 4er Aufbau agiert. Also im tiefen Ballbesitz mit 4 hinten und im hohen Ballbesitz wie hier mit 3 und das schauen wir uns gerade auch noch im tiefen Ballbesitz an. Und zwar sah das Ganze dann eben so aus, was Bochum aber auch wiederum recht gut und auch ziemlich hoch zugestellt hat in einem 3-1 Mittelfeld, beziehungsweise sogar teilweise hohen Pressing. Und so hat man Mainz eigentlich das Leben recht schwer gemacht, sich flach hinten raus zu befreien. Klar, die hatten vorne Aschorik als Zielspieler, aber der funktioniert im Moment auch nicht mehr so wie letzte Saison. Bochum ging dann eben auch folgerichtig nach einem Elfmeter in Führung, den Stöger verwandelt hatte. Klar, sie hatten sich jetzt nicht unbedingt die überkrassen Chancen rausgespielt, aber im Vergleich zu Mainz haben sie es eben dank diesem guten Aufbau und dieser Formation geschafft, sich hinten rauszuspielen und im vorderen Drittel festzusetzen. Und daraus resultiert dann eben auch, dass man den Elfmeter erhält. Grundsätzlich hatte Mainz nicht wirklich Zugriff und kam selbst nicht zu Chancen in der ersten Halbzeit. Dementsprechend stellte Svensson auf Mainzer Seite noch kurz vor der Pause um auf eine Viererkette, um dann halt dementsprechend offensiver zu agieren. Man kam aber weiterhin nicht wirklich nach vorne, sei es flach oder über lange Bälle. Dementsprechend hat er dann in der Halbzeit tatsächlich sogar schon ein drittes Mal gewechselt und Ashoik als Zielspieler für lange Bälle rausgenommen. Dafür kam dann eben Baikok über die Außenreihen, wodurch dann Jae Sung Lee ins Zentrum neben bzw. leicht hängend hinter Onisivo gegangen ist. Dadurch hatte man dann mit Baikok und Lee schon zwei Spieler, die eher kreativ sind und im Aufbauspiel, also dass man den Ball nach vorne bekommt, helfen können, als dann auch vor allem im Kreativspiel im letzten Drittel. Und ja, es hat jetzt nicht überragend funktioniert, aber wenigstens kam man mal nach vorne und hat dann so auch einen Standard in ein Tor ummünzen können. Auch wenn das keine Riesenchance war, war es dann recht glücklich am Ende, aber man kam zum Ausgleich. Dementsprechend hat es sich mehr oder weniger bewährt, auf jeden Fall so umzustellen. Und ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass man gegen den Ball im 4-4-2 deutlich besser stand und weniger zugelassen hat. Und deshalb war es für mich umso unverständlicher, dass Wenson dann eben zurückstellt auf eine 5er-Kette. Klar, Bochum hat eben mit Hofmann und Paciencia ja nochmal zwei klassische 9er vorne reingestellt. Also die haben auf jeden Fall dann zumindest von den Wechseln her auf Sieg gespielt. Mainz hingegen hat dann damit eher auf die Wechsel reagiert und nicht wirklich auf das Spiel und selbst nicht mehr wirklich viel nach vorne gemacht dann. Und so kam dann Bochum wieder deutlich besser ins Spiel, obwohl die zuvor in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit auch nicht mehr wirklich überzeugt haben. Und erzielen dann eben auch ein Standardtor durch Kevin Schlotterbeck zur 2-1-Führung, die dann aber nicht allzu lang Bestand haben sollte. Denn Mainz kam noch ein letztes Mal nach vorne in der wirklich allerletzten Minute eigentlich im Spiel und versenkt dann eben wieder nach einem Standard. Ich glaube ein zweiter Ball war es dann, den Tom Kraus reinhaut. War dann letztendlich natürlich sehr glücklich, auch aufs ganze Spiel betrachtet. Bochum sowohl mit der klar besseren Spielanlage, wie ich ja jetzt hier aufgezeigt habe, als auch mit deutlich mehr Expected Goals. Klar, da ist ein Elfmeter dabei, aber den muss man halt eben auch erstmal herausholen. Und auch ohne den wäre es zwar ausgeglichen, aber Bochum war da, fand ich, doch auch so deutlich näher dran. Und der Sieg wäre auf jeden Fall verdient gewesen. So ist es natürlich jetzt extrem ärgerlich, vor allem wenn man den Zeitpunkt des Ausgleichs betrachtet. Nichtsdestotrotz zeigt es in diesem Krisenduell, dass Svensson keine wirklichen Lösungen findet. Während Lettsch natürlich auch noch ohne Sieg ist in dieser Saison, aber das sah schon mal deutlich vielversprechender aus. Und es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich die Saisons dieser beiden Mannschaften noch entwickeln. Das war soweit von mir. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare oder weitere Erkenntnisse zum Spiel. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.